Es ging gar nicht. Wir waren in der Neue wirklich. Erst zwei Jahre habe ich definitiv verkauft dort. So wie viel ist es? Es ist ein bisschen offensichtlich. 18 Jahre, bis du die weg hast. Ja. Aber da haben alle gute Plätze bekommen. Bis dahin waren alle vor. Und wenn es bleibt, wäre es mühsamer. Wie hält das weg? Ja, wenn es drei Monate alt ist, ist es wirklich ein Debatsch. Ein bisschen zu eng, ja. Du hast gesagt, du bist schon zu alt. Und dann nimmst du raus. Dann nimmst du den Mauerauflauf. Dann nimmst du den. Die haben ich auch noch irgendwo beträgt. Man muss auch noch ein bisschen drüber sehen. Wenn man so einen Hund abfällt, wenn man so von neun oder zehn Wochen abfällt, ist es so nah, wenn es alles geht. Es sind wirklich von neun gekommen und die Seben in den Mund schauen. Gut, ja, ja. Sie lernen einfach, wenn man so einen Hund abfällt. Ja, ja. Sie lernen einfach. Nein, wir wollen nicht mehr. Wir haben nicht mehr. Wir haben nicht mehr. Wir haben nicht mehr. Wir haben nicht mehr. Ja. Wir haben nicht mehr genug zusammen. Wir haben nicht mehr.